Jo Leute, willkommen zur folgenden Besprechung von The Walking Dead Staffel 7 Episode 4 Und ja, Nigen kam das erste Mal nach Alexandria und hat seine Einnahmen eingefordert Das Ganze fand ich persönlich eigentlich relativ interessant An der einen oder anderen Stelle war es mir allerdings zu langweilig Ich weiß nicht, man hätte das vielleicht noch ein bisschen anders umsetzen können Aber mir fehlt auf jeden Fall noch die Action Aber ich vermute ganz einfach mal, dass diese innerhalb der nächsten Folgen auch wieder kommt Wie fandest du die Folgen so schon mal vorab? Ich fand die auch ganz gut eigentlich, nur wie du schon gesagt hast, da fehlte ein bisschen die Action Und die war an einigen Stellen viel zu langweilig, viel zu lang gezogen Genau, ja ich würde sagen, wir werden jetzt einfach mal ganz kurz noch abrattern, was da denn so nochmal die Kernpunkte waren Zum einen war es ja am Anfang, dass sie sich schon aus dem Haus geschlichen Bzw. sie wollte Rick nicht aufwecken Sie ist halt rausgegangen, um ein bisschen jagen zu gehen und um schießen zu üben Und danach waren Spencer und Rosita im Auto, die wollten eigentlich Vorräte für Nigen holen Allerdings, ja, sind die schon gerade auf dem Weg nach draußen gewesen Als Nigen mit den ganzen Saviors ankam, mit seinem fetten Truck davor geparkt Und da gab es schon die erste Parallele zum Comic Ich finde es ziemlich cool, dass die so viele Dialoge bzw. auch Monologe von den Comics übernehmen Denn Nigen hat da auch gesagt, kleines Schwein, kleines Schwein, lass mich rein Und hat da halt an das Tor geklopft, das Ganze war halt als kleines E-Sec Beziehungsweise so als, ja, dass sie das übernommen haben, relativ cool Genau, als Referenz Ja, dann ging es weiter, Nigen ist mit Rick ein bisschen in Alexandria rumgegangen Und Rick durfte auch Lucille tragen, das musste er in den Comics auch Das fand ich auch relativ cool und hat auch wieder so ausgestrahlt, wie mächtig Nigen ist Und dass Rick jetzt nicht Lucille nimmt und Nigen verkloppt, sondern dass er halt wieder, wie gesagt, unterdrückt wird Ja, dann haben wir Daryl gesehen und du hattest schon vorhin so lustig gesagt Das ist wirklich Theon 2.0 im Prinzip Genau, also der hat sich viel zu leicht unterdrücken lassen Also vielleicht war es auch Sicherheit, aber die wirkte so gebrochen Weil letzte Folge wirkte der noch ziemlich standhaft Aber ja, hat sich jetzt ziemlich unterdrückt Ja, und Nigen hat es in erster Linie gar nicht so auf Essen abgesehen Der hat den Leuten aus Alexandria, also Rick's Truppe, das Essen gelassen Und hat hauptsächlich erstmal die Matratzen und die Waffen vor allen Dingen mitgenommen Und Möbel, genau Ja, haben sie nicht viel mitgenommen Sie waren auch ziemlich überrascht, dass sie so fette Häuser da hatten Und ich fand allein diesen Auftritt, wie Nigen dem wieder gezeigt hat, wer hier das sagen hat Und so, das fand ich mal wieder relativ cool Es war auf jeden Fall ziemlich heftig Und Nigen hat ja auch bei dieser Waffeninventurliste festgestellt, dass zwei Waffen gefehlt haben Beziehungsweise das hat ja dieses andere Weibstück da festgestellt Und hat Nigen das gesagt Und Nigen wollte daraufhin Olivia umbringen, wenn Rick die Waffen nicht findet Das fand ich halt auch so mega krass wieder Was er da wirklich für Akzente setzt, muss man ja da wirklich schon zu sagen Jemanden umbringen, weil man zwei Waffen nicht findet Hätte ja auch sein können, die sind verloren gegangen oder so Wäre natürlich auch naheliegend gewesen Ähm, ja Letzten Endes hatte sie Spencer in seinem Haus, Zimmer, wie auch immer Unter so einer, ja, dieser Nische versteckt Und das fand ich auch von ihm schon ziemlich arschig, dass er sich einfach zwei Waffen so geklaut hat Und vor allen Dingen Whisky und Essen Also, what the fuck Das ist auf jeden Fall nicht jemand, der teilt Okay, sei's drum Ja, dann hatte Nigen auch noch ein lustiges Zusammentreffen mit Pater Gabriel Oder hier unserem lieben Prediger Und die haben die ganze Zeit verleugnet Beziehungsweise die haben die ganze Zeit gesagt Dass Maggie, ähm, tot ist Was denkst du könnte, dass wir Hintergründe so haben? Also ich konnte mir da wirklich nichts wirklich drunter vorstellen Was das so, äh, warum die das gemacht haben Ich denk schon, weil Die ist wahrscheinlich, äh, nach Folge 1 Auf nach Hilltop gegangen, oder? Ich denk mal, die Ja, ja, die ist nach Hilltop Und wenn die gesagt hätten, ja Wo ist die denn? In Hilltop Dann gehen wir da kurz vorbei und hauen da alles kaputt Das wäre nicht so praktisch, ne? Deshalb haben die die tot Genau Ähm, die hätten ja nicht sagen können, dass die hier sind Sonst hätten die da alles abgesucht Aber mit Hilltop könnte naheliegend sein Vor allen Dingen hat man ja in den Trailer gesehen, dass in Hilltop eh noch Irgendwie das reinste Chaos ausbricht Ähm, die sind ja da auch am Kämpfen gewesen Bin mal gespannt, ob es jetzt Zombies oder Saviors sind Ich tippe mal ganz einfach aus Saviors Ich mein, was soll da sonst so sein? Aber da frage ich mich natürlich auch Wieso greifen die das an? Und ja Wahrscheinlich, weil die da irgendwie eine Rebellion planen Bestimmt Wenn die das noch in dieser Mid-Season zu sehen Also wenn das noch hier im Mid-Season-Finale zu sehen ist Wäre das schon ziemlich cool, wenn die da schon diesen Krieg anfangen Allerdings denke ich nicht Ich denke, die bauen da jetzt erstmal alles auf Und machen Spannung sozusagen Für das Mid-Season-Finale könnte ich mir das sogar vorstellen Okay, ja, ja Also ist ja auch der Trailer bis zur Mid-Season gewesen Also Hilltop sehen wir auf jeden Fall Bis Folge 8 definitiv noch Denn sonst hätten sie das nicht im Trailer gezeigt Also wir können uns auf jeden Fall auf Hilltop freuen Ja, was haben wir sonst noch so gesehen? Ähm, ja Dwight oder Dee Wie er ja jetzt so schön immer genannt wird Hat Rosita und Ne, Rosita Und ähm Spencer einen Spezialauftrag gegeben Ähm, sie sollten Daryls Motorrad holen Und das fand ich halt auch wieder so krass Da soll wieder gezeigt werden Wie arm Daryl dran ist Und wie traurig alles ist Und Schuweiz hat ja dennoch noch gesagt Dass Daryl doch noch einer von denen werden kann Er muss nur Negan sagen Also er hat immer noch die Möglichkeit und die Chance Muss man auch dazu sagen Und was man auch noch dazu erwähnen sollte Negan hat natürlich auch Äh, Rick verboten mit Daryl zu reden Einfach damit die sich nicht austauschen können Bisher sie einfach nur reden können Äh, ja, war auch schon relativ krass Ja, auf jeden Fall Die haben das Motorrad geholt Und Rosita hat sich, äh Von einem Zombie eine Pistole Ja, sie hat sie erbeutet Ähm, ja, wie gesagt Alexandria ist komplett wehrlos Sie haben überhaupt keine Waffen mehr Alle Waffen gehören jetzt den Saviors Das fand ich persönlich schon Also, ich hatte die ganze Folge wieder Dieses Gefühl bei mir Oh, Unterdrückung und Scheiße Jetzt können die sich hier überhaupt nicht mehr werden Was wollen die denn jetzt machen Wir wollen hier wieder an Waffen kommen Und wie soll das jetzt hier überhaupt weitergehen Wenn die sich überhaupt nicht wehren können Das war ziemlich krass Und ja, Rosita hat sich dann eine Waffe geholt Die sie dann auch behalten hat am Ende Und ja, sie bittet Eugene Patronen herzustellen Was das wohl am Ende, ähm Für Auswirkungen hat Denkst du, sie möchte jetzt Negan erschießen Oder was will sie mit dieser Patrone machen Oder mit diesen Patronen Ähm, wie ich eben schon gesagt habe Ich bin ja am Ende der Folge eingepennt Deshalb kann ich das nur so sagen Wie ich es erzählt bekommen habe War das die 1911, die die da Bekommen hat oder was Ich weiß gar nicht, ob das eine 1911 war Es war auf jeden Fall eine Handfeuerwaffe Eine Pistole Auf jeden Fall denke ich mal Damit können die ja keine Ähm, Saviors austauschen Also denke ich mal Wollen die die eine Waffe damit nutzen Wenn die haben Dafür die Munition Und dann vielleicht Irgendwie damit jemanden töten Um eine bessere Waffe zu erhalten Weißt du, ich meine Jaja, das könnte irgendwie tatsächlich sein Dass sie sich mit dieser einen Waffe Und der Munition Irgendwie wieder an mehrere Waffen erkämpfen Vielleicht Haben die Saviors ja mehrere Außenstützpunkte Wie diesen Satellitenstützpunkt da Und dass sie vielleicht Immer einen Außenposten oder so Überfallen, keine Ahnung Vielleicht so sneaky-beaky-like wieder Also dass das keiner mitkriegt Natürlich kriegt das jeder mit Aber keine Ahnung Sie müssen ja immer wieder an Waffen kommen Wie sollen sie es sonst wehren Ich meine What the fuck Die haben überhaupt nichts mehr Das ist ja wirklich so krass Und ja, Nigen war ja noch relativ Nett noch Dass sie das Essen da gelassen haben Aber trotzdem Ja Holy shit Das wird noch was Die haben die auch verbrannt Genau, das wollte ich noch sagen Am Ende hat man dann Wo Michonne da weg rausgegangen ist Und nochmal Michonne ist ja glaube ich War das ja am Ende Die ist dann nochmal losgegangen Und wollte nochmal so Auf dieses Autofrack da gehen Und man hat gesehen Dass die Saviors Die ganzen Matratzen Die sie von Ja Ricks Truppe Entnommen haben Haben sich verbrannt Sie brauchten die überhaupt Ich hab mich eh schon gemerkt Wieso nehmen die Möbel mit Wieso nehmen die jetzt So viele Matratzen mit Die haben doch eh genug Und sie verbrennen sie einfach Knallhart Also das war wirklich so eine Situation Da wurde mir auch schon so richtig Da kochte es In mir wirklich schon so wirklich auf Weil keine Ahnung Was soll man dazu sagen Wenn Die klauen Matratzen Und verbrennen sie anschließend Nur damit die das nicht haben Das ist doch auch schon wirklich Eine richtige Hurensohnaktion Muss man doch wirklich sagen Da sieht man auch Dass die nur vorbeigekommen sind Um Waffen zu holen Und um zu zeigen Wer der Boss ist Genau Um wieder Unterdrückung Und Boshaftigkeit Und alles da zu lassen Ja Und um dem möglichst wenig Komfort Da zu lassen Die wollen die Richtig Richtig unterdrücken Und als Minderwertigkeiten Abstempeln Wenn man das so sagen kann Ja und wir haben Enid wieder gesehen Karls Freundin Ja Ähm Sie wurde auch erstmal Von so einem Savior Belästigt Bekrapscht Wie auch immer Ähm Ja ich fand Ich finde Enid eigentlich Ziemlich cool Bin mal gespannt Was sich aus ihrer Storyline So heraus noch entwickelt Sie ist ja aus dem Schrank gekommen Ich hätte gerne gewusst Was sie zu Karl gesagt hat Und wie sie da allgemein Rausgekommen ist Und was da so passiert ist Ihre Reaktion und so Aber okay Vielleicht werden wir das nie erfahren Und vielleicht ist es auch gut so Also ich bin echt mal gespannt Gespannt bin ich übrigens auch Wie es in der nächsten Folge weiter geht Wir haben ja in der nächsten Vorschau Nicht wirklich viel sehen können Nur dass Michonne unter anderem Äh Rick Erstmal vorzeitig verlässt Beziehungsweise sie geht halt Und will auf eigene Faust Irgendwie nochmal rumziehen Umherziehen Wie auch immer Und äh Wir wissen dass Eugene Vermutlich für Rosita Diese Patronen Munition Wie auch immer Äh Diese Patronenkapseln Herstellt Also Denkst du auch Wie ich Dass die nächste Folge Wieder Alexandria sehen Oder denkst du auch Es könnte wieder sein Dass wir vielleicht Das Kingdom Oder Hilltop Dieses Mal sehen Oder Das Sanctuary Also ich denke Einzelfolgen Wird es auf jeden Fall Jetzt erstmal keine geben Aber Man könnte vielleicht Teile davon sehen Also ich denke Auf jeden Fall Sehen wir irgendwie Alexandria Und auf jeden Fall Wahrscheinlich sogar Das Kingdom Aber Einzelfolgen Auf jeden Fall nicht Falls du das meinst Ja Ne Einzelfolgen Meinte ich jetzt auch Nicht wirklich so Sondern eher so Also ich denke jetzt auch Dass es sich Also die letzten Folgen Meine Einzelfolgen Folge 2 War ja nur das Kingdom Folge 3 War ja nur das Sanctuary Und Folge 4 War jetzt nur Alexandria Ich vermute Ganz einfach auch Dass wir jetzt in Folge 5 Ähm So Sprünge sehen Von Alexandria Nach Hilltop zum Beispiel Von Hilltop Nach zum Kingdom Vom Kingdom Keine Ahnung Nach zum Sanctuary Ich denke nicht Dass sie so viele Handlungsorte Mit einbinden werden In die Folgen Weil das sonst auch Zu unübersichtlich ist Die können das ja nicht so machen Wie bei Game of Thrones Nehmen wir jetzt einfach mal Immer als Vergleichsserie Aber es ist ja wirklich so Denn bei Game of Thrones Die können sich diese Sprünge erlauben Weil das handlungsmäßig Auch Sinn macht Dass man immer Ähm Etappenweise Von Standort zu Standort Springt Beziehungsweise von Storyline Zu Storyline Bei Walking Dead Könnte ich mir das nicht Ganz so gut vorstellen Weil die Storyline Ineinander geschlossen sind Äh Das wird nicht ganz so Ins Konzept passen Aber Denkt mal so Leichte Sprünge Von dem einen Zum anderen Handlungsort Und wieder zurück Das wird schon drin sein Denke ich Also Auf Alexandria Können wir uns auf jeden Fall Freuen Genau Jo Ähm Das war eigentlich alles Was uns zu dieser Folge sagen kann Natürlich hätten wir jetzt viel detailliert Dann auch Auf alles wirkliche eingehen können Besprechen können Wir wollten das jetzt hier Wieder relativ kurz halten Und nochmal kurz spekulieren Wie es in der nächsten Folge Wahrscheinlich weiter geht Ähm Wir hoffen Euch hat es gefallen Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen Fragen Wie auch immer habt Wenn wir irgendwo Drüber diskutieren wollen Könnt ihr das ruhig in die Kommentare schreiben Wir antworten auf jeden Fall darauf Und dann würde ich sagen Sehen wir uns In der Preview wieder Die am Samstag kommt Zu Episode 5 Mal gucken wie viele Trailer und Teaser Da zu der Folge noch veröffentlicht werden Und dann würde ich sagen Bis Samstag Macht's gut Das ist Volk, Robin Ciao Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss